Was geht ab YouTube, Tactics ist wieder back am Start mit ein paar erneuten GTA 5 Banküberfall-News. Und zwar wurden gerade ein paar Sounddateien von dem Banküberfall geleakt. Und ihr könnt euch auf jeden Fall nochmal anhören. Das sind Trevor und Michael und Trevor spielen ein schwules Paar. Und das nennt sich Nice House Heist oder The Sharmuza Job. Ob das wirklich die richtigen Sachen sind, weiß ich nicht ganz. Aber ich könnte es mir ganz gut vorstellen. Das hört sich einfach richtig realistisch an und irgendwie hört sich das auch wirklich nach Trevor und Michael an. Ich weiß nicht, schaut euch das auf jeden Fall an. Link ist auf jeden Fall in der Beschreibung von dem Vadim. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Das sind auf jeden Fall neue News. Wir können jetzt nur spekulieren, ob die wirklich stimmen. Ich wollte euch das nur zeigen. Ihr könnt euch das selber mal anhören. Und bei mir in die Kommentare mal schreiben, ob ihr wirklich denkt, dass es wirklich Trevor und Michael sind. Und ob das auch wirklich von GTA 5 ist. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Ich bin noch ein bisschen skeptisch. Aber ich könnte mir das ganz gut vorstellen. Weil der Banküberfall wurde ja jetzt auch auf jeden Fall angekündigt. Der kommt ja, das wisst ihr ja. Und der kommt mit der PC-Version wahrscheinlich im März. Wir können jetzt nur spekulieren. Schreibt mir das mal in die Kommentare. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst euch mal einen Daumen da. Für mehr Informationen über alles. Ansonsten war es das für ein Video. Abonniert nicht vergessen. Dann sage ich ciao und tschüss und bis zum nächsten Mal.